Alexa, kannst du mir sagen, wie viel Steuern Amazon zahlt? Ha ha ha. Ja, nichts oder weniger als nichts. Was? Wie? Amazon nutzt weltweit aggressive Steuertricks. Neue Forschung zeigt uns die Amazon-Methode und wie der Konzern dafür Tochterfirmen in Luxemburg nutzt. Etwa 75% aller Umsätze aus Amazons Geschäften außerhalb der USA werden in Luxemburg verbucht. Seit 2011 hat Amazon mehr unversteuerte Profite gemacht, als sie jemals an Steuern insgesamt zahlen mussten. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich gebe dir ein Beispiel. Verluste zu verbuchen ist die Kernstrategie der Steuertrickserei Amazons. In Tochtergesellschaften werden künstlich Verluste produziert, um Steuervorteile in den USA zu erhalten. Amazon verschleiert bewusst durch intransparente Finanzberichterstattung ihre destruktiven Steuervermeidungstaktiken. Amazons Steuertricks sind ein typischer Fall. Andere Tech-Giganten nutzen sicherlich auch derartige Methoden und reißen immer mehr Macht und Reichtum an sich. Das ist eine Gefahr für unsere Demokratie. Besteuert Amazon jetzt. Wir brauchen ein gerechtes globales Steuersystem.